Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leider habe ich es diese Woche nicht hingekriegt, ein richtiges neues Video zu drehen. Und deshalb habe ich ein bisschen was anderes für euch in petto. Ziemlich genau letzte Woche Sonntag habe ich die 300 Abonnenten Marke geknackt. Und ich finde das schon ziemlich krass. Ich meine, stellt euch mal eure Klasse vor. Das sind 30 Leute vielleicht ungefähr. Und das mal 10. Das ist dann die Zahl meiner Abonnenten. Bombenvergleich. Auf jeden Fall finde ich es wirklich extrem krass. Und an alle meine Abonnenten danke. Auch wenn ihr jetzt nicht wirklich regelmäßig meine Videos schaut. Immerhin sind 300 Menschen auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Das ist doch schon mal was. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich könnte mal wieder ein paar Änderungen vornehmen. So vom Design her. Das Logo werde ich wahrscheinlich lassen, weil damit bin ich ziemlich zufrieden. Aber zumindest das Kanalbild werde ich ändern, weil da sind die Bilder jetzt gerade ein bisschen unscharf. Das heißt, das wird erneuert. Und es wird ein neues Intro geben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das in diesem Video schon da ist. Ihr wisst es auf jeden Fall, wenn es nicht da ist, dann wird es in den nächsten Videos irgendwann dann drei sein. Auf jeden Fall könnt ihr euch da freuen. Ja, sorry für dieses etwas andere und kürzere Video. Ich hoffe, nächste Woche gibt es wieder ein neues Video. Vielleicht ein neues. Ja, so ist das Video. Oder was ganz anderes. Ich habe keine Ahnung. Lasst euch einfach überraschen. Und dann würde ich sagen, liked mal meine Facebook-Seite, wenn ihr immer erfahren wollt, wenn mal ein Video nicht kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.